Ich bin der Leon Zervis. Ich mache meine Ausbildung hier bei der Firma KAMF als Industriemechaniker. Also als Industriemechaniker baut man die Maschinen zusammen, montiert die Teile, die aus der Fertigung kommen. Die montiert man dann nach und nach an den Maschinen und so werden die Maschinen aufgebaut. Ich bin der Jan Kraus, bin seit fünf Jahren hier in dem Unternehmen und mittlerweile Ausbilder bei der Firma KAMF. Der Standort ist sehr wichtig, weil die Fachkräfte immer weniger werden und wir für uns ausbilden und somit auch genau unsere Kompetenzen ausbilden können. Die Region bietet sehr viel. Man kann hier zum Beispiel Fahrrad fahren. Es gibt viele gute Fahrradwege. Man hat generell viel Freiraum hier. Man kann viele Möglichkeiten ausnutzen, die man hier hat. Hier gibt es auch coole Standorte wie den Nürburgring zum Beispiel, wo man auch hinfahren kann. Jeder, der Interesse an Technik hat und Lust auf Metallverarbeitung hat, darf hier sehr gerne ein Praktikum machen und sich auch um eine Ausbildungsstelle bewerben. Also ich sehe mich in fünf Jahren definitiv noch hier in der Firma. Ich will nach meiner Ausbildung weiterhin hier bleiben als Industriemechaniker. Vielleicht irgendwann noch einen Meister oder einen Techniker machen. neighbourast bei derweitigen Abs traumarke zu haben und sich entfernen gut, und so auch ein Video aus Hawaii. Vielen Dank.